Superstar Eden Asar hofft nach Informationen von Goal und Spox auf einen Transfer vom FC Chelsea zu Champions League-Sieger Real Madrid. Am Dienstag hatte der belgische Flügel Flitzer verkündet, dass er eine Entscheidung bezüglich seiner Zukunft getroffen habe. Die Königlichen werden bereits seit geraumer Zeit immer wieder mit dem 28-Jährigen in Verbindung gebracht und Hazard flirtierte seinerseits öffentlich mit Real. Real Madrid Eden Asar steht bei Chelsea bis 2020 unter Vertrag Hazards Arbeitspapier bei Chelsea läuft noch bis 2020. Verhandlungen über eine Verlängerung führten bislang zu keiner Einigung und so geht der Angreifer im Sommerstand jetzt in sein letztes Vertragsjahr. Als Ablöse für ihn ist dann eine eine Summe von umgerechnet 112 Millionen Euro im Gespräch. Nachdem sich Los Blancos in den letzten beiden Transferperioden trotz des Abgangs von Cristiano Ronaldo auf dem Transfermarkt vornehmlich zurückhielten, ist aber das nötige Geld vorhanden. Außerdem könnte ein möglicher Abgang von Edeltechniker Isco weiteres Geld in die Kassen spülen. Noch hat Real Madrid aber kein offizielles Angebot für Hazard abgegeben. Punkt. Sollte Real kein konkretes Interesse zeigen, plant Hazard aber keinen Abgang zu einem anderen Klub, sondern möchte seinen Vertrag bei Chelsea verlängern. Punkt. Sollte Real Madrid. Punkt. Sollte Real Madrid.